Es ist nichts passiert. Nein! Oh shit, der Nebel kommt. Es wird nebliger. So, wir kommen seit einigen Tagen. Ich weiß nicht mehr wann die... Wann sind wir pushen? Ja, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt... Yukiko retten, hoffentlich. Okay, wir sind alle hier. Confirm Situation. So, ja, das wird auch mal schauen, alles. Ähm, check die Werte, enter die TV. Nichts, wir... Let's go in! Let's go into the TV. So, wir sind bei Teddy wieder. No, no, you're late. I was gonna cry if you didn't show up today. No time to wipe my tears. You're right. You guys are saving the girl who got lost. Good luck. It's correct. Let's do it. Search for Kiko. Habe ich jetzt den Dungeon gecleared oder ist der jetzt wieder neu? Ich hoffe, der ist schon halbwegs gecleared. Okay, wir können auf jeden Fall da oben anfangen, das ist schon mal ganz gut. Let's do this. Die waren glaube ich... Oh, die hatte ich schon mal. Was von die... Ja, Elektro, Elektro, Elektro. Deswegen... Nehmen wir nicht Agi, sondern wir nehmen... Izanagi. Izanagi! Skill! No, no, du nicht griff. Zio. Persona! Ha! Das war ein guter. Ich hab's nicht getan. Wir können sie nicht töten. Deswegen... Die anderen Band haben glaube ich keine Elektro-Fähigkeiten. Ich sag mir der Tech-Alter-Nummer. Okay, sie resistent physical. Versisten sie auf Wind? Wissen wir nicht. Dann machen wir doch mal hier eine Wind-Attacke. Wir sind nämlich Feuer. Und da sind wir wahrscheinlich... Ja Wind... Wind ist ganz okay, oder? Kein Jam. Ah, gemisst. Sehr gut. So, wir haben hier einen Bufu. Ich weiß nicht, ob sie auch eisenpünktlich sind. Oh, schon ziemlich. Zip! Aber ich mach echt... Ich mach echt wenig Damage. Holy shit. Da werde ich auch einfach nur attacken können, um den zu künfteln, glaub ich auch. Und dann den All-Out-Attack machen zum Finish. Rauf da! Da glaub ich Skill-Punkte sparen da gewesen. Shuffle-Time! Das nützt ja nix, wenn ich die hier nehme, weil ich die schon habe. Dann machen wir doch ein Get-Skill-Card. Tänzis Gigatarunda. 24 Yen. Golden... Oh, Golden Cloth haben wir bekommen. Sehr schön. Und wir sind, glaub ich, Level 10 geworden, wa? Genau, jetzt können wir Level 10... ...nehmen. Und wir haben Level 6 Isanagi bekommen. Let's go! Der ist auch Level 10 geworden. Hat aber ne neue Attacke, ne? Make a jam! So, make a jam this. Der Dunst ist noch. Ach, sehr. Glass Key. Aha! Als animiert waren? Das ist doch Bullshit. Hey, 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 hey! Spann mal! Gegen Eis ist er entsprechend schwach. Wie sieht das mit physisch aus? Gegen physischer... Können wir heilen? Heilen wir doch mal. Wenn er sowieso keine gute Attacke hat. So, habe ich jetzt eine Eis-Persona? Weiß ich gerade gar nicht. Light Wind Damage. Gegen Wind war da wieder stark, ne? Ne, wissen wir gar nicht. Vielleicht wissen wir gar nichts von seinen Fähigkeiten. Keine Ahnung, dass da Eis ist. Nehmen wir noch mal Tio und gucken mal, ob der da geht. Ne, das ist neutral anscheinend. Hier haben wir auf jeden Fall Eis. Ich will dich nicht machen, Sondern... Die kann ich nicht wechseln, ne? Ich will dich nicht mehr über der. Oh... Behöden mal deine eigenen Attacke. Buff, Buff! Buff! mal wir wollen nicht mit dir eine eisattacke machen und ob überlebt dann war das doch nicht dass ich wollte eigentlich ich wollte es eigentlich mit dem mit dem gruppenattacke kennen naja dann mal hier dreimal go home ist wieder was zum rauskommen ist doch quatsch wollen doch gar nicht permanent raus aus den dungeons ok später brauchen wir schon später brauchen wir wahrscheinlich schon vorher funktioniert nicht wind ist scheiße tja silenz ist und vor wenn ich ihnen doch mal sehr schön das ist elektro gegen dich neutral das ist alles auch neutral wir bräuchten wahrscheinlich hier licht oder dunkelheit aber beides noch nicht mit unseren das ist sehr wunderbar freeze one allies hit evasion rate ein neighbors escape from fights that restore hp wir können halt physisch angreifen einfach und hoffen dass wir kritten ich würde sagen es braucht aber ziemlich viel skills und wir müssen sogar das bitte es braucht saufige skill punkte dass er die angriffe wird einfach nur ein normaler tag hier nochmal das muss eigentlich reichen eine runde also zeit ist gegen den super stark jup level ab so hier waren wir schon anscheinend okay das klären zählt schon mit das wäre kein leerer raum drinnen glaube ich wir müssen das play advantage haben okay oder so we to wind dann kannst du doch sogar direkt draufhauen nur jemand kann auch kein eis gegen die benutzt kann ich mir jetzt dann assistent sein ah so sind ich ähm persona wen hatten wir warten jetzt sandman war mein ding des points garu sehr schön shuffle time one tries left persona endurance up persona luck up change persona change to arcana aber ich glaube ich habe das lack ab mal kann man in der stadt die aber so dazu kriegen das ist schon ziemlich stark die zu nehmen relativ früh dann kritten wir glaube ich häufiger die kamera ist halt echt horizontal glass key to open okay the stairs let's go sind wir in der sechsten wie viele etagen hat denn das ding hier eigentlich other words she's a manager who is still in high school now that a nice ring to it let's see if we can interview her excuse me shut up hey hey okikosai mind if i ask you something is it true that announcers staying at your family's inn shut up shut up someday though that aside wow you're looking georgian in the kimono you must have a lot of my visitors leave me alone i'm sick of it i get what's going on with all these voices but i can't stand that we are getting closer hang in there supi treasure spotted shop is kind of fun purifying sword was a purifying sword an Manifize-Stat-Penalty-Party Oh Ups, ins Gesicht Ach, nicht du schon wieder Wir silancen dich erstmal So, und dann einfach drauf attacken, würde ich mal behaupten Mike, es ist schwer Einem! Kampf! 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 Sie haben eh nichts, was ihr seine Schwachstellen benutzt Es ist einfach nur ins Gesicht Knüppeln Es ist Power-Sealed Aha Es sind einfach sechs Free-Angriffe Und jetzt ist es wieder am Gathering Ich glaube, wir können einfach wegknüppeln Oh, was? Damn! Ich habe nichts zu klapp gekriegt Geil! Und habe auch fast keine Skills gebraucht Super Ein bisschen Free-XP Gib einfach ein bisschen Free-XP Auf Nuss Oh Den links kennen wir noch nicht Das ist wirklich stark Eis-Resistanz erhöht Muss ich wieder rauskriegen, ob der da Einen Schwachpunkt hat Okay, das blockt Eis Der ist Gathering Power Äh, hier haben wir Wind 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 wissen wir schon, dass es nicht hilft Glaube ich Okay, dann sollten wir mal auf Auto-Bordos weg Und mal ein Feuer probieren Zum Beispiel Agi Okay, Feuerfunk sind auch nicht Das sagt ja mal Balls Das ist halt super Das ist halt super Das macht ihn komplett unschädlich, ne? Wenn das Silence funktioniert Ruf da, physische Attacke Dann halt auf die Füge. Aber er ist sie jetzt. So, Feuer funktioniert auch nicht, haben wir rausgefunden. Elektro? Ne. Elektro war es nicht. Wir müssen den wieder verknübeln, weil wir von dem keine Schwachstelle haben. Oh, der hat Becovered und direkt antreibt. Oh, shit. Au. Increases. Increased attack. Increased defense. Defense down. Skill. Diesmal bitte nochmal. Beast in silence, my mate. Au, jeez, das tut. Hast du... Ne, du hast noch keinen. Hm. Power is sealed. Aha. Ähm. Oh, hier kein Skill. Absaras hat ein Heelskill. Oder wir attacken einfach durch. Ich hoffe, dass es reicht. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen außerhalb des Campus heilen. Jeder zum Glück. Noch ein Level Up. Goal. So, äh, Skill. Da ist doch ein Dia, hier. Geheilt. Sehr schön. Geht's hier weiter? Treasure Chest. Let's open it. Einmal noch ein Key. Wir brauchen nämlich mehr Keys. Fire Suppressor. Ähm, Equip. Wind Suppressor. Oh, jetzt muss ich mal die... Jetzt muss ich mir die... Die Stati angucken, was wo gegen Weak ist. Yosuke. Personastatus. Was ist... Ist sie Weak gegen Feuer? Ja, ihre ist Weak gegen Feuer. Also müssten wir ihnen den Fire Suppressor geben. Gehe... Equip. Äh, Aluminium Badge. Dann suchen wir's. A badge with a good design. Fire Suppressor. Raise evasion rate to fire. Ja, sehr gut. Do the chance of panic. So. Perfekt. Perfekt. Oh, die roten sind besonders stark, ne? Weiß gar nicht, ob wir die wirklich mal nehmen wollen. Oh, shit. Wir müssen den auf jeden Fall silenzen hier. Den da. Hier geht's! Ah! Und jetzt sind wir am Ass. Und der ist Weak gegen Eis. Na dann rauf da, Mädel. Na dann rauf da, Mädel. It's down! Good move, Chiechan! You couldn't quite beat it. Aber Eis hab ich jetzt... Ich hab noch kein Eis auf dem. Decreases one force defense for three turns. Aber hier direkt mit seinen Defense runter, den wir mal hier verprügeln wollen. Gathering Magic Power. Der kommt jetzt wieder auf den komischen Käfer dann wieder hoch. It got back up! Hurry and beat it! Der ist guckend physisch gut. Bad restores one HP. Makama silences. This is one at a hit evasion rate for three turns. Deckung! Wait, I'll have to finish it! Go! Good move, Chiechan! So, Skillbuzo. Hau ihn um! I will finish it! It's down! Good move, Chiechan! I'm gonna have to go back up! I'm gonna have to go back up, Chiechan. I'm gonna have to go back up. Geh es richtig! Geh es, enemy! Kampf, Kampf, Kampf! Niemand, endet es! Ein weiterer Level für mich! Und Tomoe-Leveler. Ach, sie lenden an Skullcracker. Der Skullcracker war, glaube ich, ein ziemlich fieses physischer Angriff. Okay, hier gibt's noch mal was zu looten. Soul Drop, okay. Der gefällt mir jetzt schon nicht, der da rumläuft. Muss er versagen. Ich glaube, bei dem hab ich auch keine gute Schwachstelle gehabt. Hey, hier geblieben. Okay, die haben wir animiert waren. Wartage. Oh, zum Glück. Au. Ist bei dem schon irgendwas? Nope. Also, trainieren. Gucken wir mal. Wind. Nope. Elektro. Nope. Eis. Nope. Physisch? Ja. Es geht nicht runter. Du kannst das gewinnen. Feuer fehlt noch. Odobodos. Skill. Agile. Und den Elementen, den ich zum Fugen hab, zumindest aktuell. Der ist allen Elementen resistent gegenüber. What the fuck? What the flying fuck? Das ist ja übel bitter. Wir versuchen den mal zu silenzen. Der stellt jetzt keine Skills an. Okay, und silenzen darf ich ihn auch nicht. Da würde ich gerne Slime haben und ihn versuchen... Einzuschüchtern. Okay, das geht auch nicht. Wir müssen einfach verprügeln, oder was? Einfach ins Gesicht treten. Und dann haut er ab. Und holt jemand anderen? What the fuck? Den hatten wir schon mal. Der hat mal gegen Eis, aber nix. Die Elektrizität sollte arbeiten. Dwo Enemies! Charg' durch ihn! Oh, also dieser Nagi. Ruf da. Oh, Sensei! Du hast es getan. Der links war... ... war alles neutral. Dann tecken wir dich einfach ins Gesicht, würde ich sagen. Und dich mal wieder mal silenzen. Damit du hier nicht irgendwelche Summons machen kannst. Ich glaub, der Summons darf. Oh, der macht auch Fähigkeiten. So, bei dir hab ich dieses Eis noch nicht ausprobiert. Nene, Summon ist nicht hier. Power is sealed. Aha! Hala! Ich bin smart und äh, und so weiter. Das ist, wie es smart läuft, Sensei! So, dann attacken wir ihn. Und mein, fertig. So. Gute Arbeit, Sensei! Das ist eine so weit. Und jetzt alle auf ihn drauf. Oh, nicht grill. Müssen wir noch ge-sealed sein, ne? Jupp. Just one enemy left. Take some thick skin. Oh, jetzt ist der Recover macht Zio. Uuuuuh. Das war cool, Yosuke! Dann mal ein epischer Crit. Dann mal ein epischer Crit. Holy Shit! Moment, aber das... Achso, das waren alle, die hier rumgelaufen sind. Also, jetzt hab ich kein... Kein Schlüssel mehr. Ach Shit! Ähm... Item... Medicine... Ne, Madison wollte ich nicht. Revive Beat. Hier, Dr. Salt. Neo. Second Mate. The Natural. So, damit wir so ein bisschen... Wir können mal um... Verbind... Verhilfe rufen... Ich weiß nicht, was Hilfe rufen bringt. Kriege ich da Skillpunkte zurück, oder? I'm not sure about this. Esn my Prince come yet. My dear Prince. Please hurry and take me away somewhere. To a world where no one knows me. It's close. She's just beyond here. Sag's mir seit 5 Minuten gefühlt. She's just beyond here. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh Gott, es sind zwei davon. Oh Gott, ist das... Boah. Oh. 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 Ist das jetzt nur ein-muten. Ich versuche mal einen dicken, fetten Kriegsschnitt zu landen. Das ist halt gar nichts Gutes. Oh Gott. Ich glaube, ich würde hier ganz gerne escapen. Die Nabels escapte von den meisten Battles. 24 Skillpunkte kostet das. Boah. Ich will hier dringend raus. Max HP 300. 350. Oh Gott. So, brauche ich auch einmal einen Skillpunkte für einen beschworenen Gebührens-Shit. Ach, kacke. Oh, der ist abgehauen. Ähm, die muten dich erstmal. Wie wär's? Gut, noch, weil irgendjemand beschwürst. Jetzt ist er geschehen. Jawohl. Wir wissen, dass du weder auf Eis noch Elektro-Probleme hast. Ähm, wie das mit Feuer? Auch nicht. Äh, oh Mann. Ich muss eine Öffnung erst finden. Äh, puh. Die sind sogar ziemlich kräftig beim Spieltreten, ne? Nee, nee, nix hier. Aber nix. So, jetzt wollen wir hier nochmal gucken, ob du Wind empfindlich frisst. Auch nicht so richtig. So, jetzt haben wir nur einen von uns. Er escape hat auch, okay. Escape ist halt ein Skill. Er kriegt aber XP anscheinend und loot dafür, aber das ist trotzdem, bis die Arre wegkommt. Person Agility ab, Money ab. Get chest key. Chest key. The card of the temperance arcana. Obtain the chest key. So, wieder zurück. Wie man die chest öffnet wollen, glaube ich. Ich wollte gerade einfach nur, ich wollte einfach Hilfe senden. Und Snuff Soul. Kann ich denn zurückgehen? Kann ich. Zu uns ist wieder alles neu? Zu uns ist wieder Gegner. Never mind. Ich bin hier aus. Zunächst ist die Gegner und respawn. Moment. Aber das respawnt auch? Das irritiert mich. Ein Eis-Suppressor. Ähm. Wir werden wieder mal heilen müssen, war? So, let's see. Ich habe auch keine, keine Skill-Up-Sachen mehr. Okay, und dann drumherumlaufen ist auch scheiße. Bei den Dingen habe ich keine Fraschpunkte gefunden. Geht Evasion ab. Warum seid ihr denn nochmal dran? What the heck? 3 achievement ab. Eeeh. Ice. Wont. Work. 3 enemies left. Geht. Light fist damage to one, four with a dance. Chance of rage. Stat bonus of all enemies. Malifying. Let's do. Mit. Gibt es einen Grund, warum eins klein wird als der anderen? Aber der macht doch Feuer. Der müsste doch eisempfindlich sein. Eben grad nicht, for some reason. Makes one for panic. Kann ich die paniken lassen? Both panicked. Okay, das geht. Und du wirst noch mal so noch zur Zeit lanzen. Und versuchen den Kleinen da, der noch übrig geblieben ist, noch mal... Attack. Ähm, wir machen erstmal dich weg. Ach, come on! So, den verwirrt man, glaube ich, nicht angreifen, wenn dann den, der genudelt ist. Jawohl, greif deinen Alli an. Sehr schön. Aber es zieht. Perfekt. Ich glaube, es kann er halt mit ihm angreifen. Das müssen das Problem. Becovered. Aua. Just one enemy left. Okay, let's go. Das ist nicht so easy, weil ich habe jetzt keine Schwachpunkte mehr so richtig, um die Dinger anzugreifen. Ich wollte halt beantworten. So ein bisschen das Problem ist jetzt, dass mir langsam die Skillpunkte ausgehen. Es sind fast keine Skillpunkte mehr. Das heißt, ich kann eigentlich keine großen Schwachpunkte mehr ausnutzen. Das Item würde ich jetzt auch nicht mehr so wirklich, oder? Doch, Snuff Soul. Doch, doch. Snuff Soul hilft. Reviver Beat. Das war's aber glaube ich schon. Oh, beautiful violet stone. Oh, ich kann Juwelen bringen. Ich werde doch die Medizin nutzen sollen. An der Stelle. Hau ab. Wird er her? Ne, kommt er nicht. Enemy advantage. Wenn der ange... Ach, diese scheiß Viecher. In der? You're not alone. Oh, ich habe Unterstützung gekriegt. Uuuuuh. Empowered. Er hilft mir nicht. Ich habe ein paar Skillpunkte gekriegt dadurch. Ähm, was war der Schwachpunkt? Und Eis. Ähm. Paniken wir doch mal ein hier. Paniken. So. Silencen. Die machen halt nicht viel. Von daher ist es Quatsch da. Das darf viel zu tun. Aber wenn sie Paniken greifen, sie sehen sie sich an. Macht halt nie Skills. Weet. Ich brauche halt mehr Eis, um gegen die Viecher vorzugehen anscheinend. Joomitek. Äh, könnte ich den anderen noch paniken lassen? Das hat nicht geklappt. Ah, er hat seinen eigenen Verbündeten rausgehauen. Sehr schön! Und wir machen auf jeden Fall nochmal einen Eisangriff. Ich will das hier schnell hinter uns bringen. Oh, shit. Oh, come on. Das ist doch scheiße. Das ist doch shit. Der soll das kein Damage machen, oder? Würde ich immer sagen, überhaupt anzugreifen. Ich könnte natürlich auch garben. Ich weiß nicht, ob ich da genug gewinne. Ehrlich gesagt. Team Attack. Waste money. Hat die Hand weggeworfen. So, krieg ich dich auch noch gepanickt? Panic ist ziemlich stark anscheinend. Oh, nice. Panic ist ein bisschen wie verwirrt sein. So. Was ist denn noch? Skill buffo. Das müsste ich immer jemanden killen damit. Und raus da. Also da war Chi super wichtig, tatsächlich. Aber ich hab halt super wenig Skillpunkte. Das ist doch scheiße. Ah, guck mal. Jetzt hab ich den U-Kobach, den ich wiederholen kann. Avoid encounter. Enemies won't notice you until the changing floor or once the next battle ends. Ich mach jetzt mal avoid encounter, damit wir hier irgendwie durchkommen. Congratulations, Sensei! Level 12. Und irgendwie gesagt, you have changed. Urobas leveled up. Level 10. Und Dodge Ice hat er damit bekommen. Ich muss ein passives Ding sagen. Right, I leveled up. Sehr schön. Alle hochgeleveled. Es gab halt richtig XP. Wie schön dick. Wir trinken mal mal was. Es hieß es doch, avoid encounters. Gegner bemerken mich nicht. Oh. Ich hab jetzt einfach wieder alle besiegt, die da neben sind. Okay. In Lifestone. Ich muss glaube ich weniger meine Heal-Skills benutzen. Meine... Meine Skill-Points zu save. Ich weiß auch nicht, ob ich Skill-Points irgendwie zurückkriegen kann. Das ist ein bisschen das Problem. Es ist irgendwie eine Option, Skill-Points zurückzukriegen. Okay, hier kriegen wir Soul-Drop. Das ist schon mal ganz geil. Also das avoidance glaube ich super stark eigentlich. Das hab ich noch nie genommen, weil ich ein Vollidiot bin. Aber man sich dann sehr, sehr viel Arbeit sparen kann. Aber man macht die Kämpfe halt nicht. Das heißt, man levelt auch nicht. Ich glaube, ich hab aktuell keinen. Wenn ich jemanden angreife, dann bemerken die mich wieder. Daher will ich das eigentlich theoretisch gar nicht. Aktuell zumindest nicht. Ich will erstmal kurz gucken, wo hier alles ist. Wie ist die Shadow? Es ist nur ein Shadow hier drin. Sonst nix. Wir gucken nochmal LOS hier. Wir brauchen dringend die HP und die Skill-Punkte. Hör mal weg, du großer, böser Shadow. Du Rotor Shadow. Hey, hier geht's hoch. Wir gehen die Stairs hoch. Wir gehen die Stairs hoch. Das heißt, jetzt haben wir wieder bemerkt. 8F. This smell is... It must be her. She is right behind this door. Open the door. Ne, noch nicht. Haben wir noch irgendwelche Items, die wir nutzen können? Soul Drop. In Zweifel... She Medicine. Managed for Lifestone. Revival Beat. Physical Mirror. Soul Briefly increase the party attack. Diamond erase the party entire defense. Okay, das muss ich dann im Kampf machen, um die Sachen für Briefly. Okay, we're in balance and balance and in this capable. Leave the Dungeon. Wir versuchen es mal, würde ich sagen. Kann aber jetzt richtig bitter werden. Eigentlich hätte man es bis hierhin spielen müssen, letztes Mal, dann zurückgehen und jetzt nochmal neu empfangen. Yukiko! Ich wusste es. Es gibt zwei von ihnen. Oh? Oh, was ist das? Ja, drei Prinzessinnen sind hier, um mich zu sehen. Nein, nein, nein. Sind Sie die verrückten Gäste, die abends kamen? Oh, ich wünsche, ich hätte einen besseren Blick bekommen. Meine Hände sind hier kreutig. Warum gehen Sie und ich nicht zu etwas anderes hin? Was soll das denn bedeuten hier, Shadow Yukiko? Eine Land, die weit, weit weg, wo niemand mich kennt. Wenn du mein Prinzessin bist, dann gehst du mich da, nicht wahr? Was ist das falsch mit dir? Komm schon, schön, bitte? Nein. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Oder zumindest sie war. Hä? Wenn es an die Frage kommt, ist Chiei einfach nicht gut genug. Was der fuck? Sie kann mich nicht wegnehmen, sie kann mich nicht schützen. Yukiko! Stopp! Historische Inn, Manager-Trainung. Oh, sie will also weg. Ah, sie will aus der Stadt weg und aus dem, was sie hier hält, aber sie kann nicht weg. Wegen Verpflichtungen. Okay. Okay. Hm, naja, sie ist wahrscheinlich schon ein bisschen angenervt. Kann man schon verstehen. Ich will nur irgendwo weit weg gehen. Anywhere, aber hier. Someone, please take me away. I can't leave here on my own. Klar, können sie einfach gehen. I'm completely useless. What the fuck? Stopp. Please stopp. I have no hope if I stay and no courage to leave. So I sit on my ass, hoping that someday my prince will come. Okay. I don't care where we go. Anywhere is fine. As long as it's not here, I don't give a damn. Historical Tradition, Pride of the Town, what a bunch of bullshit. How dare you? That's how I really feel. Okay, das wird schwierig, glaube ich. Die Frage ist, was sie für Schwachpunkte hat. Is that right, me? No. Aha, sie sagt jetzt wieder, nein, du bist nicht, ich. Und dann wird hier wieder das Rampage gehen. Stopp. Don't say it. Nein, du bist nicht ich. Aha, so klar. Und damit wird er über die Schattenseite freigelassen. Das sie aber auch nie hören, wenn man sagt, die soll uns nicht sagen. Oh, das fühlt sich wunderbar. Es ist ein Bild, mehr und mehr. Wenn das weitergeht, dann werde ich... Was bist du denn? Ach, der, 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 ah, der Vogel im Goldenen Käfig. Das ist mal eine Version. Wir müssen es stoppen. Die Frau ist in Gefahr. Wir wissen. Es ist alles klar, Yukiko. Häng einfach da rein. Wir werden dich retten. Und jetzt fighten wir den Vogel im Goldenen Käfig. Ich würde mal sagen, was ein Vogel ist, ist sie tendenziell Windelement. Ich bin ein Schatten, das echte Selbst. Ah. Jetzt, mein Prinz, warum machen wir dann und zusammen machen? Häng in da, Yukiko. Nicht nur du, aber ja, Alan. Fight. Oh, ich habe Hilfe bekommen. Jawohl. You're not alone. Endlich. Da habe ich hier noch ein paar mehr HP und ein bisschen mehr Skill. Ähm. Bop, 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 bop. Analytics kriege ich wahrscheinlich nichts, ne? Ähm. Persona. Wäre sie schwach gegen Elektro. Dann nehmen wir doch mal Isanagi. Und probieren mal, ob wir mit Sio was erreichen. Nope. Wäre zu einfach gewesen. Wäre auch ein Element finden, was gegen sie stark ist. Ah. Haha. Lauf. Gegen Eis ist sie also schwach. Ich glaube, ich habe aber immer noch kein Eis. Aua. Elie attack. Increase ally attack war das, glaube ich. Ja, attack. Ja, auf sie, weil sie hat den Eis attack. Das ist nicht nice. Dem machen wir sie. Und kannst du sie hit evasion? Kannst du sie silencen? Let's do this. Persone! Und du musst wieder weiter attacken, solange wir noch Skill-Punkte haben. Das könnte schwierig werden. Pylon! Ich habe kaum Skill-Punkte. Was? Are you trying to make me mad? Eis-Resistance increased, okay. Decrease Force-Defense, 3 turns. Increase Allies-Defense, 3 turns. Wir haben nicht geguckt, was passiert, wenn wir einfach physisch angreifen. Das ist gar nicht so kacke. Feuer haben wir noch nicht probiert. Feuer ist aber unwahrscheinlich, wenn sie das Dingens hat. Wind ist aber egal. Kann wir sie side-dancen? Ich glaube, es hat vorhin geblockt, ne? Ja, sie blockt halt wirklich solche Status-Effekte. Das ist natürlich zacky-zacky. Dann gardest du mal eine Runde? Also passionate stare. Du gardest. Du gardest. Du gardest. Burn to Ashes. Aua, das war trotz, trotz Triple Guard immer noch sehr, sehr wehtun. Da hat sie sogar Feuer benutzt, ne? Aber ich wusste ja, was auf mich zukommt. Was machst du überhaupt, wenn du keine Dusch drauf hast? Und sagen wir heilen mal wieder hier, wenn wir schon mit unseren normalen Personen nicht tun können. Chat moderieren? Weil soviel los ist, weißt du, müssen wir dringend den Chat moderieren. Ähm. Wir machen einen normalen Attack, würde ich sagen. Hat sie sich geheilt? Ich hoffe nicht. Oh, gemisst. Ich weiß nicht, ob ich sie so töten kann mit den normalen Attacks. Attack reverted. Shit. Jetzt, wo ich sie grad wieder den Knockdown krieg. Oh, laut Attack. Also ich kann seitdem ich angefangen habe, 14 Uhr bis jetzt immer noch auf einer Seite sehen, wer alles springelt. Wow, what? Und wenn ich sterbe, ist auch direkt vorbei. Ähm. Die hat mir gerade einen 100er Hit, 116er Hit gegeben, weil ich weak gegen Feuer war. Oh, wow. Ja, GG. Gute sich, you can retry from the start of the floor. What will you do? Retry. Tereka Slap kann ich auch nicht mehr benutzen, wenn ich HP hab. Hier. Skullcracker. Also wenn es jetzt noch klappt, wäre schon ziemlich dumm. Oh. Du hast ja schon immer meint. Hahaha. Hahaha. Partywipe. Hahaha. Ich hab's echt gejinxt, ey. Hahaha. Blablabla. Wir wissen, dass es dieser Game Over Screen ist. Oh, retry, 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 wir gehen einfach raus. Also wir haben halt einfach nicht, nicht genug, nicht genug Skill-Punkte. Wir müssen noch einen Tag später wieder kommen und dann direkt hier anfangen. Dann ist das glaube ich auch komplett machbar. Ähm. Go home. Leave the dungeon. Oops. Welcome back, Sensei. Ähm. Don't return. Ich glaub ich hab noch einen Tag, um die zu retten. Wenn ich jetzt nicht noch einen Tag hab, dann bin ich ein bisschen Game Over und muss deutlich vorher neu laden. Das wär ein bisschen ässig. Fuse Personas. Fusion Forecast. Was haben wir heute? Bonus-Stats haben wir heute. Fuse-Norme. Sandman. Kuthis. Keine Ahnung, was Kuthis ist. Orobas-Valkyrie. Omoikana. Angel-Aparasa-Sandman. Ich guck mal, was da rauskommt. Moment, das ist... Oh, das ist wieder Wind. Wenn ich Sandman mache. Na dann, hol mir doch mal das Vieh. Wird du gerne passen? Skullcracker, Dia, Petra. Skullcracker und Dia, glaub ich. Vision Power Persona acceptable. Yes. Lese, give me that new Persona. Sieht bisschen eklig aus. I am the great Kuthis. In my greatness I have come to serve. Woop woop. On the current Fusion Forecast Condition Kuthis gained additional power. Confirm various bonus were granted. Strength. Magic. Has emerged from the sea of your soul. Chariot. Must an Eligorn. Oh. Das scheint Darkness zu sein. Ich hab noch kein Darkness. Physisch stark. Let's give it to me. Please choose a skill you would like to pass on. Stores. Dispers panic and fear and rage. Increase one other defense by three turns. Skullcracker. Dia, Slidefist, damage of foe. Skycracker und Dia wahrscheinlich. Wonder how much power that will grant. You are Rank 1 in the corresponding social link. Persona acceptable. Level 12. Ich glaub ich bin doch nicht Level 12, oder? Ja. Ich müsste halt wissen wie ich Eis da hinkrieg. Ich guck nochmal nach ob Valkyrie Eis war. Das ist auf jeden Fall Darkness. I am Eligor. Victory lies in your hands. The chariots social link infuses Eligor with power. Ich guck nochmal ein Level Up von ihr. Dann ist sie Level 13 sogar. Und lernt Maragi. In the current Fusion for Cascadation Eligor Gain Edition Power. Bonus is Endurance and Luck erhöht. Das ist halt schon wieder das nächste, ne? Nata Tai Chi. Chariot. Ist aber Level 6. Ich bin Level 12. Ich kann also den Eligor noch gar nicht benutzen. Wir müssen ihn erstmal wieder aus dem Compelion Sachen rausholen. Der Angel war das doch, oder? Vorhin. Angel. Valkyrie. Mit Uro. Mit Uro. Valkyrie it is. Valkyrie is Eis. Jawoll. Wir brauchen Eis. Which skill do we want to keep? Die ist Wind Damage. Panic. Die ist Fist Damage. Panic. 4. Moment. Was ist es? Es ist Weak gegen Wind. Brauchen wir kein Wind Damage. Panic. Wär ganz geil. Die ist Fist Damage. 1. 4. This Terman side. 4. 6. 5. 5. 6. 6. 7. 5. 6. 6. 10. 8. immer welcher zu brauchen reiter oder schön wird das mal power with your own and to a strength social and strength und hätten media gelernt und wir können für den vorkausten Erktisch eine Power. Strength. Und Endurance. Okay, jetzt haben wir Valkyrie auch. Frage, wie wir das Team jetzt zusammenstellen. Wir haben zwei frei. Wir brauchen Slime eigentlich aktuell nicht. Aber ich brauche halt Natatashi auch nicht. Äh? Sichwollig. Priestessakimata. Slide Restore HP, Ice Damage, Decrease 1-Foe, Hit Evasion Rates for 3 turns. Ah, die Slide Fire Damage. Die Slide Maragi? To all foes. Oh, to one foe. Zeo, Alec Damage, Evil Touch. Vier. Das finde ich eh schon ganz geil. One foes defense. Increase one allies. Increase one allies. High Damage to all foes. Decrease one foes defense. Attack. Defense increase. You will be unable to bestow any additional power into this person. One foes defense is acceptable in level LF. It's a three-way fuse. Masaki Mitama, I have come to you whose heart desires power. The current fuse is focused on gain additional power. Bisschen stärker und bisschen magie. Ich will nur mal kurz gucken, wie wir unser Team zusammenstellen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr genug Yen dafür eigentlich. Wir haben jetzt vier Slots. Wir haben jetzt zweimal Eis tatsächlich drin. Dann ist das vollkommen fine. Dann haben wir uns den wieder zurück. Also ich habe den Kampf nicht geschafft. Das ist die Frage. Ich habe jetzt zwei Leute mit Eis. Ich muss jetzt nochmal versuchen.